In Schwerin haben am frühen Montagabend erneut rund 250 Menschen gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Darunter Akteure unterschiedlichster Couleur, die in den Maßnahmen einen staatlich verordneten Eingriff in die Grundrechte sehen. Aufgerufen zu der Kundgebung, die am Südufer des Hafenthal startete, hatte die sogenannte Volksinitiative Demokratie. Mit Sprechchören versuchten die Teilnehmer während ihres Rundgangs durch die Innenstadt, auf sich und ihre Haltung aufmerksam zu machen. Am Marktplatz wurden sie von einigen Gegendemonstranten empfangen, die den linken Spektrum zugeordnet sind. Laut einem Polizeisprecher verlief die Demonstration friedlich. An dieser Stelle korrigieren wir uns. Die Kundgebung wurde nicht wie zunächst berichtet aufgrund der Nicht-Einhaltung des Mindestabstandes in der Friedrichstraße aufgelöst, sondern endete wie geplant am Marktplatz.